Hallo zusammen! Heute sind wir in der Tastenabteilung beim Roland TP603. Das ist besonders speziell, weil es sehr schmal ist, aber dennoch 88 Tasten hat, die auch mit Holz ausgeschattet sind. Zusätzlich bietet es sehr viel Klänge, die Möglichkeit sich entzfalten. Es hat auch Bluetooth drin und 2x30 Watt Boxen. Somit sehr kräftig, dass es so schmal ist. Beste mal vorbeikommen und austesten. Tschau zusammen! Beste mal vorbeikommen. Beste mal vorbeikommen. Beste mal vorbeikommen. Schöne seguro! Vorteile mal vorbeikommen überall.